Wie ist der Fußball für dich? Hi, Vogue Germany. Ich bin die Julia Gwin. Ich spiele Profifußball beim FC Bayern München und in der deutschen Nationalmannschaft. Wie ist der Fußball für dich? Beim Fußball begeistert mich am meisten natürlich mit dem Team zusammen Erfolge zu feiern, Titel zu gewinnen. Aber auf der anderen Seite auch, dass man einfach die Chance hat, Menschen zu inspirieren und mit dem, was man tagtäglich tut, einfach Menschen zu begeistern und zum Frauenfußball zu bewegen. Für die Zukunft des Frauenfußballs wünsche ich mir vor allem, dass die Entwicklung, die wir angestoßen haben, genauso weitergeführt wird, dass einfach eine Sichtbarkeit da ist, dass Plattformen geschaffen werden, wie sie eh schon da sind, dass wir auf große Stadien ausweichen dürfen, dass die Zuschauerzahlen noch höher werden und dass einfach die Aufmerksamkeit im Allgemeinen auch medial für den Frauenfußball genauso gepusht wird und dass wir, glaube ich, eine Bühne bekommen, die wir uns auch verdienen.